autoserien präsentierten heute mercedes benz sls brabus umbau als rotster cabrio sehr sauberes fahrzeug umfallfrei das fahrzeug ist relativ neu oder so gut wie neu hat etwas über 3000 kilometer gelaufen stand ganze in garage bei der vorbesitzer sehr sauberes fahrzeug mit einem carbon paket exterieur komplett die schmiedeten räder auch von brabus komplett das fahrzeug hat momentan enormen steigerungspotenzial weil es keine fahrzeuge mehr gebaut werden sind die letzten fahrzeuge in so einem zustand sicherlich kaum auf dem markt zu finden carbon schwert von brabus jeder einlass die schmiede räder mit keramik bremse die brabus logos sind nachts beleuchtet in blau also wunderbares fahrzeug so auf dem markt nicht zu finden ein einzeln stück hier sind die brabus logos das fahrzeug hat einen hammer sound mit zuschaltbarer auspuffanlage klappensteuerung hier drinnen ist fahrzeug in braun gehalten bank und außen sound system keramik bremsanlage carbon das fahrzeug ist eine absolute volle hütte auf der fahrbahn auf die a6 nürnberg mannheim zwischen bretzfeld und bad rappenaus sieben kilometer stau etwas über drei gelaufen so hört sich ein brabus an brabus rotz da bei uns aber sofort verfügbar www.autoserie.de premium und luxury cars die ersten und die letzten fahrzeuge auf dem markt bei uns zu haben kommen sie zu uns hier wird ihnen geholfen www.autoserie.de hier ist die kleine sammlung von reststücken was wir jetzt haben